Weißt du was? Ich fürchte, du verfällst in diese Sextrance. Weißt du, wenn der Sex umwerfend toll ist und dann fängst du an, dich richtig verrückt zu verhalten und dann liest du etwas in die Beziehung, was gar nicht da ist. Charlotte hat doch gar keine Beziehung, nur multiple Orgasmen.